So, das ist gleich fertig. Aber echt böse, dass ich kein Nahrungslager habe. Ich verstehe das gar nicht. Wartet da noch irgendwo eine Blockade auf mich oder war es das? Da ist ein Feuerling, ein Einzelner. Das kann der schon ausrichten. Gegen so viele Trolle. Und weg. Sofort. Und los. Sofort. Und los. Ich kann euch das ja gleich mal zeigen, wie viel da oben los ist. Ich nehme dafür diesen Schlechter. Von mir aus. Von mir aus. Verstanden. Ob ich das bis da oben überhaupt überlebe. Bis ich was sehe. Auch gut. Auch gut. Verstanden. Von mir aus. Da, da. Guckt mal, guckt mal. Guckt mal, was da kommt. Das ist so dermaßen krank. Die meisten davon sind Stufe 25. Ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Ja. Folgt mir. Ich werde das eventuell noch während dieses Let's Plays mal versuchen. Folgt mir. Aber erst, wenn ich stärker bin. Beziehungsweise, wenn ich mehr Einheiten habe für die Trolle. Aber. Dann kann ich es nämlich theoretisch mal mit. Auch dem Trolltitan probieren. Den Orktitan muss ich ja auch noch bauen. So. Komm her, Avatar. Wir haben es gleich geschafft. Oh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.